Wie erstelle ich ein Pinterest-Geschäftskonto? Vielleicht möchten einige Benutzer mit der Anwendung arbeiten, indem sie ihr persönliches Konto in der Pinterest-Anwendung in ein Geschäftskonto umwandeln. Dies geschieht in der Regel durch Menschen, die ein Produkt vorstellen oder ein kleines Unternehmen haben und es im virtuellen Raum und in Anwendungen wie Pinterest ausbauen möchten, damit mehr Kontakte zu ihnen kommen und sie sehen. Rufen Sie dazu die Pinterest-Anwendung auf Ihrem Telefon auf. Klicken Sie auf diese Option aus den folgenden Optionen. Klicken Sie nun auf diesen Abschnitt und rufen Sie den Abschnitt Einstellungen auf. Klicken Sie auf diese Option. Wählen Sie nun diesen Abschnitt aus den Optionen aus. Klicken Sie auf die rote Option. Wählen Sie hier den Namen Ihres Unternehmensprofils. Ich wähle zum Beispiel diesen Namen. Klicken Sie dann auf die rote Option. Wenn Sie in diesem Abschnitt eine Website haben und diese in Ihrem Profilabschnitt anzeigen möchten, schreiben Sie sie in diesen Abschnitt. Zum Beispiel überspringe ich diesen Abschnitt. Wählen Sie nun hier aus, was Ihr Tätigkeitsfeld auf Pinterest ist. Ich werde dies auswählen und dann auf die rote Option klicken. Hier können Sie auch angeben, ob Sie Werbung erhalten möchten oder nicht. Ich klicke auf die erste Option, um Anzeigen für mich abzuspielen. Klicken Sie auf die rote Option. Hier können Sie auch eine Zusammenfassung der Funktionen des Geschäftskontos lesen. Klicken Sie auf diese Option, um zum Profilbereich zurückzukehren. Wie Sie sehen können, wurde Ihr Geschäftskonto erstellt. Danke, wenn dir das Video gefällt und du den Kanal abonnierst, um uns zu unterstützen. Vielen Dank.